Was ich momentan erlebe, ist, dass viele Menschen einfach das aufnehmen, was sie hören in den Medien oder auf Facebook oder sonst irgendwo, ohne Dinge zu hinterfragen, sich eine eigene kritische Meinung zu bilden, sich zu informieren und auch einmal den Menschen, die also hier mit Vorurteilen arbeiten, entgegenzutreten. Meine Aufforderung ist, dagegen zu treten, seine Meinung zu sagen und vor allem im Hinterkopf immer zu haben, was wir brauchen in unserer Gesellschaft ist Zusammenhalt, ist soziale Gerechtigkeit, ist Demokratie. Dazu bitte ich mitzuhelfen und insofern erhebe ich meine Stimme zur Vernunft.